Meine Zukunftsvision für Berlin 2050 ist eine Stadt, in der Kinderrechte von Politik, Verwaltung und Gerichtsbarkeit berücksichtigt werden und Kinder an allen Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt werden, so wie es die UN-Kinderrechtskonvention auch vorsieht und dass jedem Kind gleiche Chancen zuteil werden. Und es ist auch eine Stadt, in der soziale Teilhabe nicht vom Einkommen der Familien abhängt, sondern die eben materialabgesächert sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Angebote der sozialen Infrastruktur vorfinden, die bedarfsgerecht sind, die nicht stigmatisieren und die beteiligungsorientiert sind. Zentrale Hürden und Herausforderungen habe ich jetzt ein bisschen mit meinen Maßnahmen gemischt, weil es sich anbot. Wir haben Ende letzten Jahres, im Dezember 2019, eine Studie vorgestellt, die nannte sich Kinderrechteindex. Da haben wir die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention anhand von Indikatoren in den Bundesländern gemessen und da ist Berlin in einer durchschnittlichen Gruppe gelandet. Es gibt also Licht und Schatten. Ich habe mir auch mal den Koalitionsvertrag angeguckt und da sind die Kinderrechte gar nicht erwähnt, auch wenn viel Gutes im Sinne der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention darin enthalten ist. Das ist Stichwort Beteiligung, Stichwort Demokratieförderung nur als ein Thema genannt. So ist zumindest das Thema Kinderrechte noch nicht so im Fokus, deswegen wollte ich das mit nennen. Eine positive Entwicklung haben wir im Bereich Beteiligung beobachtet. Der Jugenddemokratiefonds, an dem wir auch beteiligt sind, wurde aufgestockt. Der Jugendstärkungsgesetz. Aber wir wünschen uns das Thema Beteiligung, was ja eines der Kernthemen auch der UN-Kinderrechtskonvention ist, weil man das Kindeswohl nur dann berücksichtigen kann, wenn man auch weiß, was Kinder und Jugendliche selbst wollen. Wir würden uns wünschen, dass dieses Thema Beteiligung noch stärker verankert ist und breiter verankert ist in allen Verwaltungen und entsprechend auch im Bezirksverwaltungsgesetz festgeschrieben wird. Und vor allen Dingen sollte aus unserer Sicht im nächsten Wahlprogramm auch der Kindeswohl vorrang und die Beteiligung in der Landesverfassung verankert werden. Wir beobachten ja gerade auf der Bundesebene, dass der Prozess stoppt. Und gleichzeitig hat uns Corona auch gezeigt, dass die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sehr schnell aus dem Blick geraten und noch lange nicht so im Fokus sind, wie sie es eigentlich sein sollten. Und das auch mit der UN-Kinderrechtskonvention vorgegeben ist. Mit Blick auf soziale Teilhabe, auch wenn wir nicht sozusagen nur von Corona ausgehen sollen, hat doch trotzdem auch die Krise uns gezeigt, dass wir einen stärkeren Fokus auf das Thema Schule legen müssen und auf das Ineinandergreifen von Schule und außerschulischen Akteuren, damit Kinder, gerade solche, die eben von Armut betroffen sind, nicht den Anschluss verlieren. Da ist aus unserer Sicht wichtig einmal die technische Ausstattung und das Know-how der Fachkräfte. Da geht es einmal auch um die Umsetzung des Digitalpaktes. Als ein Beispiel, wir haben jetzt in der Krise einen Kindernothilfefonds aufgelegt. Innerhalb kürzester Zeit waren all unsere Mittel daraus verbraucht, weil es so viele Kinder und Jugendliche gab, die eben nicht die technische Ausstattung haben, die sie brauchen. Aber es geht auch um Lernbegleitung. Da machen die außerschulischen Träger ganz wichtige Arbeit. Hier könnte ein Sonderfonds aufgelegt werden und eben auch vor allen Dingen die Kinder- und Jugendarbeit abgesichert. Diese sollte auf gar keinen Fall Einsparungen zum Opfer fallen. Für euch alle nicht neu. Jedes dritte Kind lebt in Hartz IV in Berlin. Es gibt eine große Armutssegregation. Und wir haben, und ich habe gesehen, auch im Koalitionsvertrag steht ein ressortübergreifendes Programm zur Bekämpfung der Kinderarmut und ein Familienfördergesetz, weil das ist meines Wissens nach noch offen. Deswegen würde ich plädieren für einen neuen Anlauf, für eine Gesamtstrategie gegen Kinderarmut. Und es gibt ja sehr gute Erfahrungen mit Präventionskettenmodellen, beispielsweise in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen, von denen auch gelernt werden kann. Und da könnte man sich Gutes abschauen. Weitere Bestandteile sollten aus unserer Sicht sein. Ein Ausbau von Anlaufstellen für Familien, die Stärkung der Schulsozialarbeit. Und unser Kinderrechteindex hat auch gezeigt, dass Berlin am schlechtesten abgeschnitten hat beim Thema Sanktionen. In Berlin werden besonders viele Familien mit Kindern sanktioniert. Darauf sollte man auch noch mal ein bisschen... Und zuletzt haben wir vor kurzem auch eine Studie zu der Frage digitale Kinderpässe herausgegeben. Und da hat sich das Potenzial gezeigt, einen digitalen Kinderpass für alle Kinder zu... Ich beende noch mal einen Satz. Sozusagen vorzusehen, der Stigmatisierung verhindert und auch Evaluationsmöglichkeiten bietet. Beispielsweise um zu gucken, wie wird das Bildungs- und Teilhabe-Paket in Anspruch genommen. Und da haben wir schon mal Internet-Uso- und Teilhabe-Ar barden hierüber aus docs. Vielen Dank.